Also hängt sich die junge Sportlerin beim Skitraining besonders rein. Mit 20, fünf Jahre nach ihren ersten Erfolgen, setzt sie sich endlich durch. Auch weil sie ihren eigenen Stil wiederfahren darf. Daumen drücken jetzt für Michaela Gerst, die noch nie in ihrem Leben ein Rennen, ein Weltcup-Rennen gewinnen konnte. Jetzt im Zielschuss. 1,20 die Zeit, 1,25, 70 die Bestzeit von Laurie Graham. Und schafft sie es. 1,25, 59 Bestzeit. 1,100 pro Vorsprung. Führung für Michaela Gerst. Ja, ist das toll. Eine super Leistung der Lenkrieserin.